Joe, es ist was passiert. Sag mal, was machst du so lange? Hier stapelt sich die Arbeit. Und das ist es eben. Sag mal, willst du einen Kaffee? Ach, er ist weg. Ja gut, dann nimm dir eine neue Pickliste. Fertig. Ich meine nicht den Köcken-Möddinger-Karton. Na dann. Der große Warenausgang. Du hast wohl wieder am Paketband geschnüffelt. Der ist einfach weg. Früher, der große Warenausgang war doch hinten, in Halle F, dieses Tor. Hinter den Rutschen im Sortierzentrum. Ja, natürlich. Sag mal, was machst du denn überhaupt da? Er ist verschwunden. Es gibt keinen großen Warenausgang. Ja, Sie werden ihn verlegt haben. Wozu denn verlegt? Prozessoptimierung? Und jetzt möchte ich bitte in Ruhe weiterarbeiten. Ist nicht verlegt worden. Ich habe Halle für Halle abgesucht. Es gibt keinen großen Warenausgang. Nirgends. Jay, das ist doch albern. Irgendwo müssen die Waren ja hinkommen. Wie sollen sonst die Kunden ihre Ware erhalten? Es ist alles noch viel schlimmer. Ich bin anschließend in Halle A gewesen. Sag mal, du bist pickerlos. Im Inbound nichts zu suchen. Aber nichts inbound. Es gibt auch keinen großen Wareneingang. Die Halle ist komplett dicht. Kein Warenein, kein Warenausgang. Es kommt nichts rein, nichts raus. Was? Die vom Management werden sich schon was dabei gedacht haben. Los jetzt. Die Kommissionierung darf nicht stocken. Wozu denn kommissionieren, wenn hier nichts mehr rausgeht? Irgendwo wird der große Warenausgang schon sein. Wir brauchen den Zentralplan. Den hat da noch nie jemand mit seinen eigenen Augen gesehen. Ja, und warum nicht? Ja, weil es ihn nicht gibt. Nee, weil wir ihn nicht sehen sollen. Aber es gibt ihn. Wir scannen, wir labeln, wir picken, wir packen, mehr ist da nicht. Es muss ihn geben. Pass mal auf und so lange will ich ihn in Frage stellen, was die Scanner uns zuflüstern. Ist doch alles in Ordnung. Gespuckt auf den Inhalt. Wir scannen, das ist ein Privileg, ja? Wozu also wissen wollen, Zentralplan suchen, irgendwelche Pakete öffnen? Wie sonst sollte hier alles seinen Platz finden? Aber sie haben ihn gut verborgen vor uns. Mysteriös. Joe, wo würdest du auf keinen Fall, unter keinen Umständen, niemals nie den Zentralplan suchen? Hä? Wenn du wüsstest, wo du nicht suchst, dann würdest du doch eben dort suchen. Eine Beantwortung deiner Frage ist ja logisch überhaupt nicht möglich. Joe, jetzt denk mal nach. Warum dürfen wir die Kartons nicht öffnen? Beschädigung der Ware, Diskretion, Diebstahlschutz? Denkste. Und ich sage, der Zentralplan befindet sich in einem der Kartons. Und darauf verwette ich meine Ration Erbsen in der Kantine. Und jetzt komm und hilf mir suchen. Ich dachte, du hast mich. Auf keinen Fall. Nein, niemals, nie. Auf keinen Fall. Das ist doch Wahnsinn! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Untertitelung des ZDF, 2020